Was kann unser Beitrag sein zum Klimaschutz? Was tragen wir eigentlich bei zur Bewahrung der Schöpfung? Diese Frage wird die Landessynode in der nächsten Woche beschäftigen. Was machen wir als Kirche? Außer zu sagen, nee, das ist ein ganz wichtiges Thema. Was machen wir ganz konkret? Dazu wird es Beschlüsse geben. Und das andere große Thema, was uns nächste Woche beschäftigen wird, ab Sonntag, 13 Uhr, ist die Frage nach der Seelsorge. Wie können eigentlich mehr Menschen qualifiziert werden, um Trost zu spenden? Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir, das sind die insgesamt sechs Delegierten unseres Kirchenkreises an Sieg und Rhein. Wir sind gewählt von der Kreissynode, um bei der Landessynode unsere Stimme zu erheben, Informationen reinzubringen, aber auch wieder mitzunehmen. Und wir wollen euch Anteil geben. Guckt doch mal nach auf unserer Homepage ekasur.de und natürlich auf Instagram. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.